Bereit oder nicht? Wir kommen! So, neufelge neufelge Willkommen zu euch von Minecraft. Hier ist hier Eine neue Map Ja genau, Tops ist dabei Und der kann mich sehen Das ist schon ein bisschen schwierig Ja genau, und mit dabei ist die sagenumwobene Einzigartige Julian Besonde Hallo Der hat Spaß Spaß, Alter Die Julian Normal Ähm Jedenfalls, wir haben eine neue Map hier am Start hier Die Map ist hier Wald Wald? Wald Alles klar Oha Alle wie nice Ich muss aber sagen Die Map ist an sich hier Die Map ist so riesig Die sind richtig, richtig viel groß Richtig 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 viel groß Wisst ihr wie furchtbar das ist euch das zuzuhören? Oh Michael, ich hab's hier gehört Ab und Sekret Warte mal Nice Nein, weil ihr das eher so komisch ausspricht Ja, was denn? Ey, schau mal, schau mal, ich hab keinen Gang Ja Okay Alles klar Ja Und ich bin ein Schaf Aha Totale Flo töten, hab ich gehört Ich bin ein Schaf, safe Yeah Ich töte Flo einfach Flo ist es definitiv Lass es einfach Flo killen Dass ich selber was falsch sag Ich bin ein Schaf, safe hier, okay? Ja, ne Ich geh testen Aber der Test ist direkt, glaub ich Das ist ja Schade Ich mach nix, ich bin friedlich Rondolf Schade Irgendwie Warum sagst du nix, Tobias Du bist, du bist hier der Wolf Tobias Ja, Flo Tobias hat deine Birne in seiner Birne Aha Tops, ist dir schon mal aufgefallen, dass in deiner Birne eine kleine Birne wächst? Ey Tops Tops löst? Nein Tops ist selber noch runtergefallen, wieso nicht Tops Tops trägt sich selber um Die Runde ist gleich gewonnen Wer ist es denn jetzt? Du Ne, ich bin's nicht Oh mein Gott Nice Safe, Tobias Ey, es ist wirklich safe Tobias Nein, es ist safe Tobias Brandstätter ist 100% Oh mein Ihr beamst doch Tobias Ey, wo bist du denn? Hallo Julian Tobias mit mir Wohl Ich hab ihn nicht geschlagen Sag eine Ortsangabe raus Jürgen rennt einfach aus Oh nein Julian Hätte ich dich gerade getöten wollen Hätte ich dich einfach runterschlagen können Ey, wo seid ihr denn jetzt? So, wo seid ihr denn jetzt? Ich wär bereit Hier auch, ich sehe hier Tobias Wir haben gesagt Tops Ich sehe dich Warte Jürgen Ich hab dich gesehen Oh, ich bin Wasserfallstand gestorben Wir wollten nicht gerendern Wo? Wo? Tops Es ist Ja, es war Jürgen Ah no Oh, ich hatte endlich mal einen Bogen. Ich war so bereit. Topz ist der Traktor. Ich meine natürlich der Traitor. Spaß, ich bin scharf. Warum bin ich schon immer wieder scharf? Ich glaube, ich habe all mein Glück. Hier, letzte Folge, man spielt hier alles voll. Also, bin ich leicht scharf. Ah, das ist ja gut. Was? Ein Dalmatiner? Ein Dalmatiner? Ein Dalmatiner. Immer Ärger mit den Dalmatineren. Mann. Wer von euch hat ein Hund hier? Ey, er hat irgendwo von euch einen Mixer mit drin und ich höre irgendein so ein Dingsi-Geräusch. Ey, was ist das? Julian, mach mit du? Es kann sein, dass es so eine Waschmaschine ist. Ja, das ist wahrscheinlich Ronja. Ich wasche gerade Wäsche. Ronja macht gerade einen Teil, YouTube. Ich habe eigenständigen Haushalt. Manchmal muss man Wäsche waschen. Ey, doch, ich hörs. Ronja, Ronja, das ist gerade so der letzte Moment von der Waschmaschine. Ja, ja, genau. Deswegen gilt der Sound von Ronjas Wolf. Ja, das ist der Bedrohliche. Das ist der Bedrohliche, was Stööö D'EM. Ja, nein. Hä, Nein! Ja, ey, warte, was? Jetzt mal ernsthaft was! Hä, das ist die Waschmaschine! Ah, die WASCHMACHINE? Воanteлы hat ein PC, der an der Waschmaschine angeschlossen ist deswegen. Mein Zimmer ist direkt neben der Küche und die Küche hat keine Tür. weil wir die rausgenommen haben. Ich kann nicht verleiten. Tops wohnt in einer Waschmaschine. So, komm hier rein. Oh. Und dann wäre ich noch richtig krank, die Fassbesparen. Warte, war schon jemand? Einer von euch ist schon in diesem Brunnengeheimgang drin? Achso, ich muss sagen, bin ich das Beste, nicht so wie Tobias. Tops wohnt in einer Waschmaschine. Tops ist eine Waschmaschine, deswegen. Ey, 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 ich denk's, ich verkauf euch. Junge, weißt du's noch riesiges? Meine Chance zu gewinnen. Ja, nix anderes. Wenn ich jemanden sehe, dann hau ich mich einfach tot. Das ist jetzt meine Überlebensstrategie. Egal ob ich Schafe oder Wolse bin. So leid ist die gar nicht. Ey, so leid ist die gar nicht. Ey, und noch jemand anderes bei mir. Irgendjemand will mich, glaub ich. Ja, deine Chance bei dir, weil ich bin nicht bei dir. Wo muss ich dich nicht hoch? Ich bin wahnsinnig. Hä? Tester, 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 Tester. Wo ist denn der Tester? Ja, Tops ist, Ronja, Tops ist. Alles klar, ich seh. Da ist Julian. Ey, ich glaub es ist nicht Ronja, weil Ronja ist mit der Waschmaschine grad. Ronja war verdächtig, ruhig mit ihrer Waschmaschine. Verdächtig? Komm mal alle her, komm mal alle her. Ne, 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 die Waschmaschine ist unsere Seite. Die Waschmaschine ist scharf. Die Waschmaschine gibt uns Kraft. Okay, ja, ich bin hier. Alter, die Waschmaschine! Jetzt kommt Turbosprügel oder was? Das ist ihre letzten Momente, dann trocknet sie das halt. Habt ihr noch nie eine Waschmaschine gesehen? Was? Hä, ein Holzschutz? Ne, ich bin... Ich hab nur ein Holzschutz. Ich bin's nicht. Ey, Flo! Oh, greifst du mich ab? Du, Ron greifst du mich ab? What? Ich hab nur ein Holzschutz und keine Rüstung. Was? Du bist so leise. Ich bin nicht leise. Die Waschmaschine. Warte, was ist das hier für ein Knopf? Ist das der Startknopf gewesen? Nein, ich drück nicht, ich drück nicht. Ich drück nicht, ich drück nicht, aber hier ist der Startknopf. Hier ist noch einer. Ja, das ist der Lobbyknopf, ja. Wenn du den drückst. Ah, okay, okay. Keine Sorge, ich drück dich. Ah, ich schläg fast. Wer ist es denn jetzt? Du kannst dich durch, gell? Ja, Leute. Guck mal, hier ist Tops ein neues Kleidchen. Ah! Ah! Jürgen, das Baseball. Jürgen, das Tennis spielen. Guck, Jürgen, das Tennis spielen. Nein, nein, geh weg. Jürgen, geh weg. Jürgen, geh weg. Jürgen, geh weg. Jürgen, geh weg. Nein! Du hörst einen Schlag. Der Wolf ist tot! Waschmaschinen aktiviert. Transformers. Rollout. Ja, ich esse meine Kleidung, weißt du? Tops ist Bananen ungeschält. Das ist aber eklig. Hä, Ronda, du machst das doch hier. Du bist doch hier, die Dinge, die... Die, die... Was, Tops? Ja, ja. Ja, Tops, was wolltest du grad sagen? Du meinst Vegetary. Nein, nein, die Grasesser. Es sind Veggies, nicht sowas bei McDonalds? Ey, bei mir ist Ronja... Oh mein Gott. Ich bin nur friedlich am Kisten looten. Aber ich hab Julian... Ey, warum sind alle Kisten leer bei mir? Und wie kommt man da hier rauf? Ey, wenn ich tot bin, dann ist es Julian. Und wenn ich hier hoch? Und wenn ich nicht tot bin, ist es Tops. Alles klar. Ey, warte, warte, warte. Kannst du mich hier hochschlagen? Mit Hand. Ja, ey, danke. Ten of ten. Ja, auf, warte, komm. Ich helfe, wo ich kann. Auf, der nächste. Kannst du mich auch, Bro. Ja, komm, wenn alle geschlagen werden wollen, dann... Okay, Julian, das ist... Ich schlag du mich rauf, okay, dann schläg ich die auch rauf. Warte, was? Komm, ja, es geht, es geht. Ich dachte... Okay, warte, nee, du hast Julian getötet. Oh mein Gott, drei Arzt, drei! Schwertzen, schwertzen, Tops. Tops, 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 Tops. Ist es wirklich Tops? Nein! All auf, Tops! All auf, Tops! All... Tops, der Jodler! Tops, ich mach dich sowas von krass. Wir müssen erst nachschauen, wie viele Likes die letzten Folgen hatten. Ähm, wir nehmen gerade einiges hintereinander. Ja, ich... Oh mein Gott, Tops hat sich hier übernimmt. So, Tops! Ey, Tops hat sich mal unsichtbar gemacht. Tops ist irgendwie geenderpeerlich oder frag dich was. Hier. Nein, ich hab mich weg teleportiert. So, wo hast du dich hier teleportiert? Ha? Ha? David, sagst du mich tötest? Ja, wenn du der Wolf bist. Sag ich dir das! Ja, wenn du der Wolf bist. Ich bin Tobias, ich bin der Wolf. Ey, wer ist eigentlich Wolf? Ja, Tops! Ja, Tops! Ja, Tops! Ich bin Ken-Wolf! Ey, klar! Ey, könnt ihr mich jetzt mal raufboosten hier bitte? Ey, ich hab dich schon mal raufboostet. Du bist mir runtergefallen. Runtergeboostet! Runtergeboostet nennen wir das jetzt. Booster in Overwatch. Ne Spaß. Äh, ich hab Emeralds hier, lass mal schon was kann ich mir kaufen. Aber du für... Habst du für CD Emeralds kannst du nix kaufen. Ja? Die Preise alles Bucherpreise hier. Wir machen euch hier einen, äh, 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 Dings ausverkauft hier. Minie, ja genau, Flo. Ups. Minus 10% auf alles. Obenie. Ey, wo ist Zeit ihr denn? Und Ronja denn ne Maschmaschine? Ronja ist böse! Achtung! Ronja ist böse! Add it again. Ähm, wir können... So, Flo, ich entschuldige mich für meine vorherigen, äh, Aktivitäten, aber ich sag, es ist Flo. Oh mein Gott. Du hast mich grad so richtig komisch angeguckt hier. Dann finden wir jetzt Flo. Ich weiß nicht, Flo. Du hast mir ein komisches Schwert anguckt. Du hast ein OP-Schwert. Aber ich bin auch dafür. Ich hab ein Holz-Swert. Aber Ronja, Ronja. Also ist mir ganz egal. Notfalls höre ich euch beide. Nein, Ronja, Ronja, denk mal drüber nach. Ihr wollt ihr das... Guck mal, guck mal, Lalalalalalalalalalala. Aus... ausreden. Wollte, dass ich ihn schlage. Und hat einfach nicht gesagt... Der sagt... Hat einfach gesagt, dass wir drei Herzen rufen. Niemand kann sie genau sagen. Hä? Ihr seid ein Steinschwerke-Klauens. Wissen ihr was? Ich töte euch einfach alle und dann bin ich einfach auf der sicheren. Ich bin dafür, wir bannen Slime-Pad und Tups. Also das sind zwei... Nein, das ist ein Schaf. Nein, ich bin auch ein Schaf. Ich bin auch ein Schaf. Okay, Juri hat letztes gesagt, Juri ist der Wolf. Was? Aha. Doch. Wer das letzte sagt, das ist nämlich automatisch der Wolf. Das ist ein Gesetz, das steht im Physikbuch drin. Wer das letztes Pferd hat automatisch einen Golf, genau. Ey, wer das letztes Pferd ist der Letzte. Wer das letztes Pferd ist abgebohrt. Komm hier. Wer das letztes Pferd ist abgebohrt. Wer das letztes Pferd ist abgebohrt. Also... Hey, äh... Nice. Ja. Can you please turn off der Waschmaschine? Leg eine Decke drüber, dann schläfst du ein. Ah! So muss sie die Waschmaschine in der Hintergrund. Und grad... Pfff... Ist dann in der... Deswegen... Der nimmt grad in nem Raumschiff aus und die Doktor an an. Also... An dem Raumhafen, heißt... Ihr seid hier so witzig. Oh, wow. Losen wir doch grad an. Pups, äh... Pups, äh... Rande Frequenz eingeleitet. So, ich sehe hier Tops bei mir in der Nähe. Selbst wenn ich sterbe, ist es Tops. Ja, da ist der Beweis hier auf geht's. Da haben wir. Ja, ich kann nicht mehr, da kein Schwer. Ich hab Schleimbett. Und ihr guck mich mit ihrem Knopf auf. Schleimbeln. Ha, jo, meiner Schleimbeln. Ich mo' go raunchen. Oh, ich jetzt. Raunchen. 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 Ja, raunchen. Ja, raunchen. Ja, raunchen. Ja, raunchen. Ähm... Ey, geht doch mal in den Tester, ihr alle. Wozu haben wir den Tester? Den Tester... Könnt ihr mit der Aufwärts und Loten? Ist alles schon leer. Ja, da bist du selber schuldig. Ich hab kein Schwert. Ich hab auch kein Schwert. Ich hab nix. Ey, wenn Tops kommt, bin ich jetzt tot? Ja. Dann kannst du Tops preventiv töten. Allgemein. Oh mein Gott. Ey, bitte könnt ihr... Ich will nicht allein sein. Ich hab kein Schwert. Oh mein Gott. Ich brauch nicht mehr viel. Ich brauch noch 3 Gold für den Weapon Case. Dann kann ich euch verteidigen. Tops, Leute. Du Tops hast gerade ein Schafspelch gekauft. Alles klar. Tops, ist für mir? Tops, ist für mir? Jörn, du hast ein Dias. Du hast ein Dias Schwert. Oh, Holzschwert. Ey, ich war grad... Jack, ich passen. Ich probiere es noch gern. Tops, Tops, Tops. Tops, Tops, Tops. Tops, Tops, Tops. Tops, Tops, Tops. Tops, 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 Tops. Tops, 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 Tops. Er hat ein Schafspelch. Ich schwere. Jörn, oh nein, das ist nicht nur ein Chaos. Habe ich? Nehmen wir ein Chaos? Ja, jetzt hab ich ein Chaos. Ich bin auf diesen Bäumen hier. Ronja? Ja? Randolf? Komm zum Tester, warum? Achso... Ich bin grad recht weit weg. Okay, ja, okay. Geh, gee, gee rein. Also ich wäre ja bereit. Flo, 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 Flo! Flo? Was? Der hat was Leipzig? Wenn Flo es ist, ja? Dann versteck ich hier, weißt du. Es ist die Möbel, es ist die Möbel! Ich glaub euch nicht. Ich vertraue niemandem. Ich werde euch alle töten. So. Wo ist denn hier jemand von euch? Oh, hat er Flo... Flo? Hast du dich gerade hoch teleportiert? Flo, hier oben ist ein Eichhörnchen. Ja. Und hier sind überall Eichhörnchen. Na, du bist es nicht. Nein, sicher nicht. Ich bin's nicht! Nein, nein. Sicher nicht. Okay, vielleicht doch. Hier kommt man nicht hinter diese Kiste. Hier sind überall so Kisten, die dich einfach nur... Ein, was gibt's hier in Items? Äh, gibt hier? Okay, es gibt keine... Doch, es gibt hier volle. Warum sind überall Kisten, an die man nicht reinkommt? Wirst du euch langsam oder schnell sterben? Ich will allgemein gar nicht sterben. Wo bist du denn? Guck mal her. Kämpf wie ein Mann. Zeig dich und kämpf wie ein Mann. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Komm her, komm runter. Auf geht's. Wo bist du? Na komm, hier. Ich bin jetzt bei der Wäscheleine. Wo bist du? Wieso kannst du fliegen, du schon her? Ah, komm her. Na komm. Oh mein Gott, kann ich schießen? Oh mein Gott. Ah, no! Ah! Ah, nein! Ey, es ist mir kein Spaß. Ich war... Oh, warst du laut? Okay, mein Steinbit war leer. Okay, du hättest mich wirklich fast gehabt. So. Ich will mal sagen, ähm, äh, der Wolf ist, äh, Wolf. Ich bin scharf, also ich bin kein Wolf. Ach, Junge, schon wieder der Wolf. Ich hasse es. Oh mein Gott, wer schlägt mich jetzt tot? Okay, der Wolf. Das ging schnell. Fluch! 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 Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Also, falls ich mal für euch... Äh, nein. Nein! 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 Okay. Es hat irgendwie alle verdächtigt leiser. Vor allem Julian. Julian ist aber generell leiser. Also, Julian kann man irgendwie schwer deuten. Ja, den hast du nicht erlebt, wenn er Dings CSGO spielt. Oh, Julian spielt CSGO. Was ist das für ein Rang? Ey, wo ist hier der letzte Heimgang? Oh, äh, Bronzen 2. Gibt's Bronzen? Ne, gibt's nicht. Ey, wo ist hier? Pfff! Ist ich hier irgendwo ein Geheimgang? Ne, oder? Ich hab' wo, Alter? Kannst du mir so einen Drop geben? Ronja, träum dich! Du bist jetzt erst mal mein... Du bist alleine mit ihm, gell? Ich bin mit... Ey, stopp, Flo! Flo ist es, Flo ist es. Flo ist es, Flo ist es! Nein! Auf geht's hier! Ohne Waschmaschine in den Abenduntergang! Du bist ein Wolf, töte alle anderen, aber tobst diesmal nicht, sondern diesmal Ronja! Ah, okay, interessant, interessant. Achte auf deine Feinde und is deine Freunde! Ich würde Flo einfach töten! Flo war jetzt schon so oft, was sind die Chancen? Flo, ich würde mich mit ihr von Beruhigern ich glaube dir! Nein, ich bin's nicht! Ich schwöre auf den Wolf, das ist der Test aktiv! Ich glaube, der ist inaktiv! Inaktiv? Ich schläge mich einfach! Kommt! Ich bin Wolf! Oh Leute! Ich hab'n gefunden! Alter! Wart ihr schon drin? In welchem in dem großen Haus? In dem Thron, Dings, keine Ahnung! Der war ich mit mir! Tobs! Tobs! Jetzt will ich rausreden, weil er irgendwie aufgeflogen ist! Tobs ist es! Irgendwie, alle Kisten, ich finde, sind schon leer! Haaa, Tobs for bad! Oh nein! Es ist Tobs, 100%! Ich glaub's auch! Julian ist bei mir, Julian! Julian ist auch verdächtig, weil er nichts sagt, aber ich glaube, es ist Tobs! Ey, apropos, ist euch alles schon einmal aufgefallen, dass die Waschmaschine von Ronja tot ist? Die Waschmaschine hat aufgehört, ja! Ich weiß, ich bin auch ganz froh! Ronja ist Wolf! Ronja ist ihre Waschmaschine getötet! Ja, das glaub ich auch! Aus den Schrauben einen neuen Arm gebastelt! Wir nehmen sicher! Und jetzt versucht Tobs abzulenken mit jeder Möglichkeit, die er kriegt! Alles klar! Okay, wisst ihr wie... Achso, Leute! Jedes Mal, wenn ich irgendwo Kisten finde, und man kommt super schwer an, nur aus einem Engel! Und danach ist die Kiste immer leer! Immer! Ey, was? Ja, das ist echt alles leer hier! Und ich muss sagen, die Map hier hat im Vergleich zu den anderen hier wenig Kisten, gell? Ja, und es ist auch wenig in den Kisten selbst drin, hab ich das Gefühl! Die haben ungefähr gleich viel, aber nur... Verhältnisse Größe! Oder es läuft auch jeder an dem selben Ort ein tausend Mal vorbei, ich hier! Ja, klar! Aber es gibt nicht so viel, wo man hingehen kann! Ich nehme jetzt hier mal einen Baden, was you need to have a word! Okay, hier hat die Strom, ich hab' die Strom, ich hab' die bezahlen! Oh mein Gott! Ich hab' grad ne Ultra! Ich find' jetzt aufs Neue hier! Ah, aufs Neue! Ich hab' noch nie jemand gefunden von euch hier! Ah, okay! Weltneuer rum hier, ja! Und ich hab' kein Schwert! Hört das der Wolf von euch! Ich hab' kein... Oh doch, ich hab' ein Schwert! Mann! Ich brauch' Kram und ich hab' kein Geld! Ich hab' kein Geld! Boah, ich hab' kein Schwert! Gibt's zu, Ronja! Bei mir ist Julianus 3-30! Naja, ja, also... Hast du Kram kam? Bei mir ist richtig Ronja... Ne, ist nicht! Ich hol' den Wolfsucher! Ich hol' den Wolfsucher! Ich hol' den Wolfsucher! Ich hol' den Wolfsucher! Ja, mach' Wolfsucher, bitte! Dann siehst du nämlich, dass ich nicht entschafft bin! Dann siehst du, dass ich auch! Entweder ist Kramusflo 44 oder richtig Ronja! Okay, Julian! Echte Ronja, echte Ronja! Was?! Ich bin's! Es ist Ronja! Ich bin's nicht! Jürgen, warum sagst du, dass du es bist? Ey, weiter, aber Toops kann gelogen haben! Toops kann gelogen haben! Toops hat wahrscheinlich... Guck mal, wissen wir überhaupt, dass er das Ding gekauft hat? Ich denke nicht! Toops, wie viel Buchstaben hat? 40! Okay, alles klar, Toops! Das ist perfekt! Toops ist der Wolf, ja! 40! Flo will mich angreifen! Ich ha... Du kommst auf mich zugelaufen mit nem Schwert! Da! Bin ich im Schaum! Wo sind die überhaupt alle? Was? So, ich hab jetzt den Ding jetzt aktiviert! Toops, ja! Okay, ich vertraue Jürgen! Ich vertraue Jürgen! Ja, wenn du sagst, wer das ne Wolfsuch haben will, ne? Au! Jürgen, warum krechst du ihn an? Wo ist denn Flo? Ey, der Test ist sogar aktiv! Ey, der ist nicht inaktiv! Ich weiß das nicht, ich hab einfach gesagt! Komm, testen, auf geht's hier! Komm, Flo! Du hast dich ja bestimmt, dass das Wolfsuch ist! Ja, ich teste es! Warte, dann lass es zum Tester gehen! Auf geht's, Julian! Hör auf zu schlagen! Und schau, was du drauf sagst! Bin ich doof hier! Es rollen, ja! Was denn? Ich hab' die Leute getesten! Geh testen, Ronja, geh testen! Geh testen, geh testen! Geh testen, geh testen! Okay, Ronja, danke! Ah! Ah! Wiss, ich hab' das Füße nicht weinest! Hallo! Das funktioniert! Wieso frieß das ich weine? Achso, nee, Ronja ist das. Okay, alles klar! Ich würde sagen, Wieso frieß das ich weine? Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge, mein Job voll vier, lassen aber hoch da viel mehr Wolfsrunden, bis zum nächsten Mal, neue Rennschoppern, Tschüss!